Ich verstehe die Welt nicht mehr. Hast du diesen Satz nicht auch schon oft gehört? Vielleicht sogar selbst gesagt? Vielleicht mag es wirklich so erscheinen, aber ich möchte meine Sprache ändern. Weil ich muss die Welt nicht verstehen. Ich muss verstehen, dass ich nichts verstehen muss, um im Leben weiter zu kommen. Um meine Zeit sinnvoll zu nutzen, um nicht hängen zu bleiben im Leben, nicht stehen zu bleiben. Ich habe gerade heute so ein Andachtsbüchlein, das ich jeden Tag lese. Und gerade heute stand da, aus dem Epheserbrief, nutze deine Zeit sinnvoll. Und das ist echt ein Thema, was mich im Moment sehr beschäftigt. Es beschäftigt mich, dass viele ihre Zeit nicht sinnvoll nutzen, weil sie Schweres durchgemacht haben. So wie ich. Ich bin durch die schwersten Essstörungen. Ich bin durch die schwersten Depressionen. Ich habe so viel Schweres erlebt, aber habt ihr das Gefühl, ich bin hängen geblieben? Ich weiß, dass es sehr heikel ist, über so Themen zu sprechen, weil vielleicht geht es dir gerade heute nicht gut. Und du hast das Gefühl, stehen geblieben zu sein. Ich möchte dir wirklich Mut machen. Wenn da in diesem Vers schon steht, nutze deine Zeit sinnvoll. Deine Zeit und nicht. Hey, du und du und du, bitte ihr nutzt eure Zeit sinnvoll. Und der Rest, der wird es eh nicht packen. Damit ist wirklich jeder gemeint, auch du. Und ich habe jetzt diese Zeit sinnvoll genutzt, auch mal rauszugehen an die frische Luft. Und wirklich auch mal bei Gott nachzuhaken. Und so eine Standortermittlung sozusagen mit ihm durchzugehen. Hey, bin ich gerade am richtigen Platz? Oder kann ich vielleicht, während ich auf dieser Erde bin, noch mehr bewegen und noch mehr bewirken? Und ich weiß, dass einige jetzt sagen, ja, du machst doch schon so viel. Ist ja gut und recht, aber wir haben ja auch hier. Und wir sind ja auch weise. Und vielleicht können wir mit der gleichen Power auch noch mehr aufbauen. Aber vielleicht gibst du noch gar nicht deine ganze Leidenschaft, deine ganze Zeit, deine Liebe, deine Kraft, auch dein Geld. In die Aufgabe, für die du geboren worden bist. Du musst die Welt nicht verstehen. Du musst auch deine Welt und deine Zusammenbrüche nicht verstehen. Aber du darfst vertrauen. Du darfst vertrauen, dass du die Kraft bekommen wirst, um deine Zeit sinnvoll zu nutzen. Weil wenn du das tust, wirst du Tag für Tag erleben, was sich heute in deinem Herzen breit macht. Und du noch mehr Ideen, wie es die Welt bekommst für dein Leben. So geht es mir heute. Ich bin sehr ergriffen, weil ich merke, dass noch viel mehr möglich ist und noch viel mehr kommen wird. Weil ich will. Weil ich weiß, ich muss es nicht aus eigener Kraft haben. Ich muss nur ein Jahr dafür haben und einen Schritt nach dem anderen gehen. Und... 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 Und...